Na? Boah! Alter, Junge, du konntest mir fast auf meine Frontscheiben spucken. Jetzt, der muss treffen, der muss doch mal! Hohoho! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von GTA 5 Online. Meine Damen und Herren, beim letzten Mal wurde ich ja um ca. 6,5 Millionen Dollar beschissen. Ach, weg da, weg! Was machst du mit dem? Weg mit dir, ja! Weg mit dir! Hey, die haben doch ein anderes Problem. Da drüben die Gang. Au! Oh, sorry, sorry. Was willst du denn von mir, Alter? Ich wollte... BAT! Alles... Hör doch auf! Dich bekomm ich! Was, ich mach doch nix! Okay. Äh, ich geh rein hier in mein neues Auto. Okay, ich setz mich hinten rein. Wir schnappen uns die Gang. Die haben nämlich... Ach so, da! Okay, warte, ganz überraschend, ich fahr mal ganz normal. Und los! Zeh ich auf einmal nach rechts! Die machen ja gar nix. Hä? Ja ne, eigentlich sind die ganz nett. Oh Gott, oh Gott! Was? Die schießen nur auf dich? Mich wollen nicht? Ja. Hä? Da hast du die wohl unterschätzt? Ja, ein bisschen. Also das... Komm, wir... Ich hab... Ich hab ein geiles Motorrad. Da kommst du jetzt hinten drauf. Und dann holen wir uns dieses... Hilfe! Manual! So, komm komm komm, stell hinten drauf! Oh, komm. Ja? Ja. Okay, los geht's! Ist nicht mehr weit bis zum Flughafen. Und da wartet der Laser auf uns. Ja! Sind alle korrupt und krank! Jemand kriegt euch noch! Jemand kriegt euch noch! Jemand kriegt euch noch! Ja! Menjel! Was denn? Du bist runtergefallen. Ja, fu... Ups! Hä? Hä? Ich bin hinten! Äh! Komm! Ich bin wieder hingefallen! Aua! Aua! Jetzt steig doch auf! Ja, sorry! Was ist denn los mit dir? Ja, kein Plan! Du bist völlig neben der Spur! Hey! 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 Einfach einsteigen! Ja! Okay, los geht's! Boah! Guck mal, Alter! Was für Stunts ich noch drauf habe! Der war crazy! Oh oh! Oh oh! Was denn? Alter! Zieh dir das rein! Mit Xbox! Oh! Alter! Also der war krass! Der war wirklich sick! Alter! Da machen wir wieder... Weißt du? Das ist eine richtige Extra-Show! Bevor es hier in den Laserpark geht mit dem neuen Kampfjet! Alter! Das ist... Oh, warte! Ganz großes Kino, meine Damen und Herren! Ganz großes Kino! Ich bin einfach begeistert! Und jetzt geht's... Jetzt... Nochmal! Ich geh nochmal nach hinten! Und jetzt! Zack! Oh! Und nochmal! Und das ist ein Flugzeug! Oh! 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 Beniel, bitte! Bitte! Beniel! Ich bin gleich bei Bunker! Oh! Alter! Nein! 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 Die Granate! Nein! Oh Gott! Oh Gott, die Grenade ist irgendwie verschwunden. Ich bin einfach in das Ding reingesaugt worden. So, Leute, da steht er. Nicht im Hangar, sondern hier vorne. Oh, guckt euch das Ding an. So, da passen wir beide rein. Glaubst du? Ja, ja, das ist das. Komm, Schlingel. Ja, Hilfe, Hilfe. Ja, Mengel. Warte. Das gehört jetzt dir? Ja, das ist meins. Das ist voll krass. Kann ich nicht mitkommen? Warte, ich werde es mal... Oh, warte. Ah, warte doch, da kann ich es bestimmt noch pimpen. Oh, Alter, sieht das krass aus. Das ist nice. Das ist wirklich fresh. Zu modifizieren. Ast rein. Lackierung, Primärfarbe. Oh, ja. Oh, ja, das sieht nice aus. Alter Schwede, das sieht geil aus. Ich werde mal ganz kurz einmal starten. Ja, ohne mich. Ja, warte, ich komme gleich. Hä? Hallo? Hi, Menje. Hallo. Hi. Ja, warte, ich lande kurz, okay? Das ist mir doch gerade ein Angriff. Alter, das sieht ja krass aus. Ein Angriff ging nicht. Nein, nein, war es nicht. Kann ich so gut lenken. Und... Oh, oh. Ja, dich bekomme ich. Oh. Angriff. Schlingel. Oh. 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 Alles. Sag mal, jetzt aber. Ausweichen, Ausweichmanöver. Nee, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Ausweich. Aber jetzt. Alles gut. Oh, oh. Mann, die Raketen, du bist einfach zu krass. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Warte, ich muss das mit dem anderen Ding ins. Ich kann das doch auch so lenken. Wo bist du? Genau, wo bist du? Boah. Nein. Du bist... Ich hab's geschafft. Oh, guck mal. Alter. Was ist das für ein geiles Motorrad? Ey. Nein. Das Ding hat mich 6,5 Millionen gekostet. Ey, Abstand, 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 Abstand. Ja, ja, mach ich. Oh, was? Du hast mich noch umgebracht. Mann. Du Mörder. Ich hab dich nicht umgebracht. Doch, dein Motorrad ist auf, wer mich reingebretet hat. Nein, nein, nein. Das glaubst du nur. Komm, warte. Ich nimm das andere Ding, da kannst du mit rein. Ich hab einen Unfall. Och, einen Unfall, Menil. Ja. Das hier haben wir... Hä, aber was macht das denn? Konnte man nicht vorher sich auch schon ein Jet kaufen? Oder ist es das erste Jet, was man sich kaufen konnte? Also muss es ja. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich da nicht hundertprozentig aus. Ich bin kein GDL-Pabo. Aber ich hab das ja gerade kurz gegoogelt. Und da stand überall, dass es neu ist. Ach so. Schlingjul, wo bist du? Ach da. Ich komm. Okay. Ich hab jetzt auch einen Jet. Ah, ja, dann können wir zusammen los. Ja. Los geht's, komm. Ja. Au. Was? Ich lebe. Hey, du bist nicht explodet? Nein. Warum? Ich hab dir eigentlich nur ein Beinchen gestellt. Ja, dann hol mich ab. Du bist gestolpert und mir geht's gut. Hol mich bitte ab. Oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich hab einfach nur gesehen, wie du da so fliegst. Und dann, ja gut. Alter, hier sind ja mega viele Jets. Ja, dann schnappen wir uns beide eins. Wir versuchen beide auf dem Tower zu landen. Du zuerst? Ja. Du zuerst? Genau, natürlich. So dumm bin ich, weißte. Nee, dann ich zuerst. Aber mit Sicherheitsabstand. Okay. Damit der Try auch wirklich zählt. Wo bist du? Ja, warte, warte, warte. Ich muss ja erst mal ein Flugzeug holen. Ja, hier sind ganz viele. Ja, aber ich... Warte. Ich brauche ja trotzdem Zeit, um einzustellen. Ich hole mir gleich auf jeden Fall noch einmal den Jet. Werde ich mir heute gönnen. Und dann gehe ich nochmal auf die Jagd. Auf nicht auf mich, oder? Nee, nein, 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 auf dich nicht. Nee, nee, ich will mir wirklich die anderen vorknöpfen. Weil der eine hat meine Mutter beleidigt. Hat er wirklich. Oh. Ja. Okay. Ich flieg dann schon mal Loks. Ja, ja, fahr los. Okay, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wer wird es eher schaffen? Pedissel oder Schlengjul? Pedissel natürlich bekannt aus vielen Top Gun Filmen. Meisterpilot, bester Pilot auch seiner Klasse und Schlengjul. Der im letzten Part... Ich war ja schon mal dabei. Ja. Du hattest auch mal einen Knüppel in der Hand. Ich bin einfach sowas von nah an dir dran. Menjul, geh weg. Ja, du musst Sicherheitsabstand halten. Ja, ja, mach ich ja. Ja, aber so funktioniert das ja nicht. So wirst du, selbst wenn ich lande, einfach nur mich reinpödeln. Ja. Warte, ich geh vom Gas. Ich geh vom Gas. Dann mach. Ja, ja, genau. Genau. So, ich muss ja auch ein bisschen... Drück mal G. Nee, nee, nee. Ich brauch das ja für die Landung. Für den Reifen. Nee, nee. Doch, ich brauch das doch... Oh nein, das schaffst du niemals, oder? Doch, klar. Ja? Oh Gott, ich muss doch einmal drehen. Oh, ich hab's fast geschafft. Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Aber das war ein richtig guter Try. Okay, okay. Ich drehe einmal. Okay, jetzt bist du dran. Ja. Ich brenne. Jetzt mach ich es. Ich schnapp mir das wieder. Ich glaub, ich brenne. Ist egal. Okay. Ist egal, warte, ich komm. Nein, ich geh nur jetzt dahin. Ja, warte. Ja, warte, ich guck's mir an. Da. Ja, ich seh's. Ja. Nein, 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 nein. Huch mir Hilfe. Benjel. Ich muss aussteigen. Oh nein. Ich war schon draußen. Okay. Ja, warte, aber ich mach das jetzt. Lebst du überhaupt nicht? Ja. Nell. Nein, hör auf, bitte. Und hochziehen, hochziehen, hochziehen. Was für ne Landung. Was für ne Landung. Nee. Scheiße. Und nochmal. Bist du tot? Nee. Nein, ich leb noch. Oh, ich glaub, ich hab mein eines. Hab ich mein ein Ding? Das ist weg. Meine Rolle. Das ist ein Rad. Ja, das ist ein Rad. Benjel, auf mich anzuvisieren. Lande lieber schnell. Lande lieber schnell. Das könnte was werden. Mann, Benjel, das kann doch nicht wahr sein. Was ist geschafft? Nein, ich war doch so weit. Ich war da gerade am Landen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das hast du doch gesehen. Nee. Doch, aber sowas von. Och, Mann. Ich bin enttäuscht. Ja, wieso bist du enttäuscht? Ich bin gelandet und dann krieg ich die Rakete da rein. Was denn für ne Rakete? Ich hab das doch gesagt. Du bist einfach studiert. Das steht doch nicht umsonst. German Let's Play hat dich umgebracht. Doch, das ist ein Fehler. Ein bekannter Fehler. Das ist kein bekannter Fehler, Alter. Och, doch. Ich hol mir jetzt meinen Jet. Ja, um mich zu töten. Nee, ja. Oh. Ah, ja, ja, genau. Ich muss dann nur einmal hin. Du bist einfach zu sein Dreck gefallen. Ja, warte auf mich. Ja, ich geh. Du passt da doch nicht nochmal drauf. Auf den Teier. Ja, warte. Okay. Ich wurde wieder angefahren. Ich geh da ganz schnell hin. Einsam im Dreck. Weißt du noch, als ich eben gerade gesagt hab, dass wir Jagd auf die Leute machen. Ja. Ich hab schlechte Neuigkeiten. Ich bin ja. Nee, ich bin nicht der einzige Lobby. Oh Gott. Und das ist keine private Lobby. Was ist das denn? Boah, jetzt hast du mich rausgeschmissen. Ja. Wenn du mich hier angebracht hast, das hat dich umgebracht. Ja, was erwartest du denn? Ja, du hast doch einen Fallschirm. Ja, aber wenn mir keine Zeit bleibt, den überhaupt zu ziehen, dann kann ich da auch nichts machen. Dann wäre ich mal wieder geflogen, oder so. Toll, jetzt muss ich hier in so einen Mini Cooper, Alter. Ich kräfte dich jetzt einfach an. Komm, komm. Hey, was soll denn das? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Na? Ich, ich, ich. Der war nicht explodiert gleich. Komm schon, schneller Mini Cooper. Komm, schnell, kleiner Mini Cooper. Ich, ich, ich. Komm, ich dich bekomme, ich dich bekomme. Ich, ich. Jetzt explodiert noch. Halt durch, Mini Cooper. Halt durch. Wie stark ist der denn? Komm hier runter. Da sind Kugeln drin. Alles klar. Nein, er schafft das. Hä? Ja. Oh. Ja. Nee, noch brennt hier nichts. Das ist doch, was ist das? Ja. Der war uns einfach unbesiegbar. Oh nein, ich hänge fest. Warte, jetzt müssten die mir aber eigentlich aufmachen können. Bin ich in deinem blöden Motorradclub? Nee, bist du nicht. Nee, ja, ja, jetzt komm ich hier rein. Was? Das geht echt. Komm schon. Wenige Meter noch. Komm schon. Nein. Das ist Mini Cooper. Er brennt, aber er schafft es noch. Er schafft er das echt? Komm schon, Mini Cooper. Bitte fahr. Komm jetzt. Bitte fahr doch. Jetzt explodier doch. Nein, ach. Danke. Ich hätte echt gedacht, dass er das noch schafft. Aber das ist doch echt krass, wie viel er da ausgehalten hat. Ja. Oh Gott. Oh. Ups. So, Pegasus. Jetzt machen wir hier. Und da steht er. De, 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 de. Vor allen Dingen so muss das sein. Der muss dann da einfach auch generell drinstehen. Ganz ehrlich. Rein mit dir. Menje. Nein. Hör doch auf. Ich dachte, das ist meine einzige Chance. Oh Gott. Oh nein. Wie soll ich das denn jetzt machen? Die Frage ist, wie soll ich dich überhaupt mit dem Ding treffen? Ja, das markiert mich doch, wenn ich hier drin bin. Ah ja, stimmt. Mit dem. Angriff. Los. Oh Gott. Du bist hier runtergefahren. Nein. Oh Gott. So, ich muss jetzt mit der Maus machen und dann kann ich richtig schießen. Du bist tot? Ja. Ich bin doch gegen dich gefahren und dann bin ich runtergeflogen. Ich bin enttäuscht. 6,5 Millionen. Das ist es dann doch nicht. Du bist so wendig. Das ist mein Problem. Ich bin erbendig. Oh Gott. Von dem Lastwagen. Komm. Der muss doch treffen. Nein, 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 nein. Wie war es? Das hat nicht getroffen. Na? Boah. Alter. Junge, du konntest mir fast auf meine Frontscheibe spucken. Spucken. Habe ich auch gemacht. Jetzt der muss treffen. Der muss doch mal. Oh Gott. Du hast dich selber abgeschossen. Oder bist du unaufgeprallt? Es gab vielleicht eine kleine Kollision mit dem Boden, meine Damen. Ja, ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Komm her mit einer Abmoderation. Scheiße. Du lebst. Ja. Wie geht's gut? Wie ist das schön? Ja, alles ist gut, Schlingel. Oh nein. Oh, lass doch nach. Nein, nein, nein. Hauf. 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 Ach, egal. Nein. Nein. Hör auf. Ich habe gerade so eine scharfe Kurve gemacht, dass mein Reifen geplatzt ist. Wie habe ich das Ding geschafft? Oh nein. Ich habe überhaupt gar keine Kontrolle mehr über das Teil. Ja. Nein. Wie dreht sich das denn? Vor allen Dingen, die Pumpkarte ist ja mega kacke. Oh. Okay, probieren wir was Neues. Oh nein. Oh. Boah, was? Ich krieg dich einfach nicht. Ah, die Präzision bei uns beiden ist gerade einfach schlecht. Also, ich bin 1000% sicher, dass das der richtige Moment ist. Ja, warte. Ich komme. Oh, ich lade gerade nach. Und. Ja. So, Leute. Das war es mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Und habt noch einen traumhaften Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.